Was ist das, was in uns hurt, lügt, stehlt und mordet? Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Blatt gezogen, nichts. Nichts wir selbst, die Schwerter mit denen Geister kämpfen. Man sieht nur die Hände nicht wie ein Märchen. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst ein Grab. Gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestrafen werden. Ich verstehe das Wort Strafe. Die Tugend muss durch den Schreck herrschen. Du mit deiner Tugend, Prof. Pierre. Hast du das Recht, aus der Guillotine einen Waschzuber für die unreine Wäsche anderer Leute zu machen? Nur weil du immer einen sauber gebürsteten Rock trägst? D'Anton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrat. Das Laster ist für die Leihmutter. Das Laster ist für die Leihmutter. Das Laster ist für die Leihmutter. Soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische Idee? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz, der für sie vernichten dürfen, was sich eben ersetzt? Soll überhaupt eine Art, was die ganze Gestaltung der Menschheit umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Das liegt daran, ob sie an einer Seuche oder an der Revolution sterben. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020